Was ist denn das, wenn ich da jetzt? Ja? Wir stehen hier mitten am herrlichen CSGO-Platz in Linn-Serviceberg, wo gleich eine wichtige Prüfung vergehen. Ich gehe gerade mit meinen Schülern über den Parcours und wir sprechen gerade über den Boden, der sicherlich einer der besten ist, wenn ich jemals selbst als aktiver Reiter in meinem Leben gerissen bin. Das ist zwar nicht ein bisschen Olympiade in Atlanta, wo ich ja aktiv tätig war. Es gibt mir so etwas Elastisches, wie dieser Boden für die Pferde. Man sieht es ja auch, der Parcours-Fahrer Oleano Bertani muss immer wieder die Hindernisse höher bauen und schwieriger bauen. Sonst hat er zu viele Nuller, weil es sich auf hinten geläuft. Ich werde es so wohlfühlen, weil es auch so dämmend ist und so rutschfest ist, dass es sicherlich einzigartig und eines der gelungensten Projekte, die die Firma ProEcos jemals gemacht hat.